so ist ja nur meines willens dass ich das halt mit den zehn minuten einfach habe also plus ein zwei minuten ist ja nicht tragisch aber da weil ich hatte ja sowieso angekündigt immer so zehn minuten zu machen ist ja auch gut ich mache ja dann halt mit längerer sozusagen das länger gezogen hier alles nach die kann ich sogar schon machen hier die ms transformatoren mach mal bitte vier stück danke er will ich denn noch die hs machen brauche ich denn die hs transformatoren eigentlich rein gesehen eigentlich nicht kann er denn gold kabel köften schaue ich gerade mal die gold kabel kann der kürzten da habe ich ja doch schon ein bisschen viel gemacht genau die hs die kann ich jetzt muss ich dem eigentlich beibringen die noch richtig die können wir dir mal beibringen brauche ich für dies erreichen auch wenn ich dem drei gebe ok dann gebe ich dem hochspannungskabel und dann soll er drei davon köften 10.000 reisen da können wir auch mal ein bisschen von abgewinnen und hier müssen noch einschmeißen rein ne so auf eisen und da sind brauche ich wieder zwei stück für kabel 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 seite zwei da sind und dann soll er mir einmal kabel machen und aus den kabel mache ich diese vierfachen und dann kann diese großen auch herstellen machen wir die großen dazu brauche ich den den und den alles klar kriegen wir dahin die vierfachen sind doch meistens mal oben hier genau dazu brauche ich zwei stück davon ein crystal ein ms ein crystal und ein ms müsste doch gleich irgendwo auftauchen euch jetzt hingetan nein und die anderen heißen energy crystal genau energy crystal die kann ich noch gar nicht machen komisch ich dachte ich hätte die schon eingespeichert einmal und irgendwie hängt mein mein kabel so weit weg jetzt ist besser jetzt habe ich wieder zig meter kabel mehr hier rumfliegen moment so ich kann keine energy crystals machen genau energy crystals gehen wir nochmal ein okay dazu brauchen diamanten haben wir und radstone 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 that is it einmal so einmal so kodieren danke energy crystal sie könnten die kann aber hier da sieht sehr gut aus so wenn wir jetzt in energy crystal können dann können wir uns eigentlich alles herstellen so kodieren danke und ein ms und ein ms sondern ein electric circuit so kopf mal bitte ein so das kopfte ich jetzt nicht per hand das speichere ich jetzt mir erstmal ein lern kodieren danke okay so und jetzt können wir auch glaube ich die jetzt darf ich nicht lügen sagen die hv ne high voltage sind die ja so medium voltage und dann die großen zusammenköften mal gucken wie lange der für medium braucht wenn ich habe ich dem medium eigentlich eingespeichert medium da sind sie doch machen wir da bitte mal wenn es teuer ist acht stück was macht er denn jetzt als erstes okay hat zumindest alles an material da das kann ich abstreiten das geht auch verdammt schnell ab hier siehst du noch kopf 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 da ist er schon bei zwei low voltage es ist geil mit dem kräften muss man ja lassen da schon drei leute ich mal gucken wie lange wer für acht braucht ja passt dann macht er alles er macht jetzt glaube ich dann ein medium ein medium genau ja dann kann er noch kräften der zeit wir schauen mal in der zeit wie die bienen sind also ich lasse jetzt den modus tag noch an damit ich einfach ganz schön ruhig bauen und spielen kann und nicht in der tache rumgammeln muss so weit sei da unbekannt 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 und unbekannt okay das ist ja nicht schlimm dass ihr unbekannt seid das kann mir auch ruhig recht sein schau mal eben arbeits sammel arki arbeits sammel hast du denn was erreicht nein leider nicht du auch nicht beide nix erreicht ist aber richtig wenn ich jetzt nachgucken wir hier so ja ich brauche nämlich die toleranten und die toleranten muss ich später noch mal mit der rocky kreften dauert nun alles seine zeit hier sind sie nicht wo hab ich sie denn naja ich guck mal auf solche tasse hier mal ich brauch doch nur e drücken 1 2 komm dann gibts hier nochmal ne runde bienen für euch da ist kann eigentlich direkt der recycler achso weiß nicht ob ihr das kennt wenn ihr den mod habt und ihr sucht schmetterlinge einfach nur schmetterlinge und wollt schmetterlinge so viele haben wir wollt baut einfach ein loch baut euch einfach ein loch und dann geht ihr hier unten hin und holt euch die ganzen schmetterlinge die auf dem boden sind die können nämlich nicht hochfliegen die fliegen ins loch rein und können nicht mehr hochfliegen und ihr könnt euch die einfach hier ganz schnücklich einfach hier weg holen es sind nicht immer viele manchmal ist der ganze boden voll manchmal auch nicht das seht ihr dann so weil die haben nämlich das problem die schmetterlinge einfach nicht dass sie nicht hochfliegen können und wir können uns den vorteil ziehen und holen uns einfach die ganzen schmetterlinge und selbst bei denen ist irgendwo irgendwo einer da oben ich werde ich wohl nicht kriegen da wenn die wieder ins loch einfallen holt ich mir einfach und dann ist gut ich glaube davon habe ich aber auch alle glaube ich mal mittlerweile dass ich fast alle schmetterlinge habe die es so gibt hier kommen wir mal wenn ihr oben an eine ecke taucht den habe ich nämlich noch nicht da tauchen wieder welche auf das ist jetzt falsch den habe ich zum beispiel nicht gehabt den habe ich zum beispiel nicht gehabt und den auch nicht so kann man das einfach abstecken welche schmetterlinge man noch gar nicht hatte ich hatte aber schon viel viel aber ich sehe da das ist wie gegen ausmaß was an schmetterling da heißt wo ist dann das denn hier für bien hier anders jetzt die ich weg machen konnte oder nicht ich glaube nicht das waren die die ich behalten sollte na die uhr schaltet gleich wieder ab wird es jetzt dunkel oder hell habe ich gar keinen sinn für die uhr gerade die kann weg die brauche ich nicht hat aber viel holt denn das high voltage raus das weiß ich gar nicht habe ich denn irgendwo ein einzelnes high voltage rumfliegen ich glaube ich glaube mich zu ändern da warum ist denn das denn da ach so das kann ich ja genauer zusatz schalten es verbraucht gerade keine energie dann ist irgendwo voll dann ist da voll richtig da ist voll ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020